der start ins jahr ist erfolgt und damit herzlich willkommen zurück ihr lieben ja heute mal ein kurzer wochenausblick weil es gibt gar nicht so viel zu erzählen also heute ist sowieso feiertag in den usa das heißt es findet kein offizieller handel statt und ja wenn wir uns nachher auch die indizes noch mal anschauen werden dann von den indizes her ist aktuell von der lage keine große änderungen eingetreten wenn wir mal zurückschauen was die letzte woche gebracht hat dann sieht man wieder dass vor allen dingen die großen sieben bzw mittlerweile eigentlich noch die großen sechs die märkte auch wieder getrieben haben also microsoft apple nvidia google meta amazon alle im plus nvidia sogar wieder zweistellig in einer woche bei nvidia gab es jetzt einen ausbruch da habe ich ja letztens auch ein video dazu gemacht das könnt ihr euch gerne mal mit anschauen ja und nur tesla von den großen sieben die sind aktuell mit einem etwas größeren minus da und da wird es spannend werden die haben ja auch demnächst die earnings wie es dort mit der aktie weitergeht ja auch für uns ist interessant heute feiertag das heißt keine großen bewegungen jetzt in den aktien und wenn wir schauen was uns die woche erwartet dann wie gesagt ja heute der feiertag was nicht nur der king day morgen ja nur die der herstellungsindex wir haben in dieser woche einige fettmitglieder die sich äußern werden das könnte vielleicht wieder die märkte die ein oder andere richtung treiben ansonsten wird dann der mittwoch sehr interessant werden da kommen die einzelhandelsumsätze und da werden wir sehen wie die märkte darauf reagieren ansonsten aber dann am donnerstag wieder die erstanträge auf arbeitslosenhilfe und am freitag ja da haben wir dann einige inflationserwartungen in dem sinne erst mal eine relativ ruhigere woche und spannend wird es dann zum ende des januars wenn dann halt auch die fed sich zum thema der zinsen äußert das schauen wir gleich aufs fed watch tool vorneweg noch mal die info ja wir haben es jetzt bald so ende januar 27 28 ist die nächste online finance mastery und wer da mit dabei sein möchte sich ein gratis ticket sichern will um in seine finanzielle bildung zu investieren einfach auf den link unter dem video mit klicken findet auch in den kommentaren oder in der video beschreibung und dann hier mit dabei sein zwei tage und natürlich auch die möglichkeit im anschluss die aufzeichnung sich anzuschauen und da eventuell dinge noch mal zu wiederholen und zu vertiefen ja das fed watch tool aktuell zum 31 januar 95 prozent wahrscheinlichkeit nun dass halt die märkte preisen die märkte ein dass wir die zinsen erst mal beibehalten und ja das ist erst mal keine große änderung wenn wir jetzt mal im märz gucken das schwankt aktuell etwas stärker haben wir mal zurückblicken im märz gehen zeit 70 prozent der marktteilnehmer aktuell davon aus dass wir da die erste zinssenkung bekommen ein kleiner bruchteil etwas mehr als drei prozent gehen davon aus dass wir sogar zwei zinssenkungen sehen ja 25 basis punkte und 26 prozent sehen aktuell halt noch dass die zinsen dann erst mal im märz noch beibehalten werden wenn wir das mal vergleichen ja am januar also am freitag am 12 januar oder auch die erzeuger preise mit hatten die etwas für den markt günstiger ausgefallen sind da sind noch 77 prozent davon ausgegangen dass wir eine zinssenkung schon im märz sehen werden ja und das ist jetzt wieder etwas zurückgekommen also der markt schwankt hier noch zwischen euphorie was ja was die märkte halt angeht beziehungsweise wie die fett auf die zinsen reagieren wird das wollte ich sagen ja also wird es wirklich diese sechs sieben zins senkungen geben was die märkte einpreisen oder wird es doch ganz anders kommen also das ist halt das spannendste thema für die anleger und deswegen wir sind noch in so einer abwarteten haltung das sehen wir jetzt auch hier wenn wir mal auf das sentiment schauen ja also keine große veränderung wir haben weiterhin fast fast 50 prozent bullisch die bullisch gestimmt sind der marktteilnehmer wir haben knapp 25 prozent der marktteilnehmer die bärisch gestimmt sind ja und ihr seht schon hier gab es jetzt keine großen veränderungen und auch wenn wir auf den vier and greed index den angst und gier index schauen ja das sind wir auch weiterhin im bereich der gier ja sie sind noch in ziemlich hohe höheren bereich muss das auch mal anschauen also wir sind jetzt hier auch schon länger in diesem bereich seit seit dezember sind wir hier oben es gab mal kleinen rücksetzer aber die märkte sich jetzt von diesem anfänglichen rücksetzer anfang des jahres schnell wieder erholt haben sind halt wieder im bereich der gier und wenn man halt mal schaut es kann halt auch sein dass einfach mal so ein bereich länger oben in diesem gier extrem gier bereich verbleibt ja bevor sich das ganze mal ändert also deswegen nicht nur denken auja jetzt immer im bereich extremer gier jetzt wird es auf alle fälle wieder drehen sondern das kann ich manchmal auch wirklich ziemlich lange hinziehen ansonsten ist ja jetzt am freitag die berichtssaison gestartet mit den banken das heißt auch diese woche werden einige wichtige unternehmen ihre zahlen melden aber morgen geht es weiter mit goldman 6 und morgen stanley ja für einige dann vielleicht noch interessant diese woche wird kmi werden vielleicht auch teilmann semi-kontaktors ja gerade taiwan jetzt das thema mit china die taiwan wahl mal schauen wie sich das noch entwickelt und hier können natürlich auch die zahlen in dem sinne interessant werden für amd intel und nvidia also auch wenn hier vielleicht das ein oder andere geäußert wird dass das dann auch einfluss hat auf die aktienkurs von amd intel und nvidia gut und dann noch der hinweis verfallstag diese woche am 19 ja kleiner verfall aber dass ihr das mit auf dem schirm habt da war ich einfach immer mal darauf hin wie gesagt dass es nicht untergeht gut schauen wir mal auf die märkte starten wieder beim wix ja auch der hat sich nicht großartig verändert habe ist weiterhin halt hier in einem niedrigeren bereich wir können uns das auch mal wie gesagt längerfristig anschauen wir sind wirklich schon seit mehreren wochen hier an diesem bereich um die 13 wo wie gesagt deswegen optionsprämien sind sehr gering indikatoren stehen ja allerdings auch schon weit unten aber ihr kennt das hat schon öfters gezeigt es kann halt auch wirklich eine lange lange zeit in so einem tiefen bereich verweilen und ja wenn es halt auch keine größeren negativen nachrichten kommen könnte es halt auch wirklich so sein dass dieser bereich einfach hier unten weiter gelaufen wird und damit halt auch die aktienmärkte weiter steigen könnten und damit auch die optionsprämien halt gering bleiben so dann gucken wir uns auf den dax wie gesagt viel geändert hat sich nichts wer will kann ich dann auch das video dazu von letzter woche mal anschauen wir sind jetzt im monatschart aber diese ganz langfristigen aufwärtstrend haben den behaupten wir weiterhin wir sind weiter hier im oberen bereich ihr seht hier es gab auch mal ein drüber schießen das könnte jetzt auch halt hier passieren es würde auch nicht verwundern wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ansteigen noch ein paar hoch sehen dass dann der dax auch noch mal etwas zurückkommt von indikatoren her ja rsi knickt hier schon etwas ab macd ist noch ansteigend also etwas uneinheitlich aber wie gesagt der monatschart ist ja sehr langfristig wenn wir den wochenschart schauen haben wir auch hier seit 2020 seit dem coronatief einen aufwärtstrend also einen aufwärtstrend kanal die haben wir hier oben sehr lange ausgereizt dann ging es mal wieder zur unterseite jetzt war halt so in diesem mittelband in dieser mittelspur auch hier halten halt diese mittelspur weiterhin wir sind über den kleinen durchschnitten also von daher passt erstmal alles macd wird hier aber schon deutlich kürzer und stochastik bricht auch noch nicht von unten durch aber ist auch schon ziemlich weit oben er sie auch schon weit oben ja es könnte sich jetzt vielleicht auch noch etwas hinziehen etwas zäher bleiben und wenn wir aber mal einen tagesschart gucken dann sehen wir halt wir hatten hier diesen starken anstieg und jetzt haben wir jetzt wie so eine art kleines dreieck die kurse ja kommen halt in so eine range rein werden immer kürzer eventuell gibt es jetzt halt wirklich demnächst noch mal einen ausbruch nach oben oder nach unten wird halt spannend werden wie dann hier die kurse reagieren ansonsten hatten wir schon oft das auch gesagt es ist nicht verwunderlich wenn es noch mal zu einer korrektur käme nach diesem extrem starken anstieg die wir hatten nach dieser rallye letzt ende letzten jahres und deswegen wäre es auch nicht verwunderlich wenn jetzt die kurse noch mal zurückkommen würden wir haben hier die korrektur auf das 23 6 3 theoretisch wenn das als korrektur jetzt hier ausreichen würde wäre das ein sehr bullisches zeichen dann könnte es noch deutlich weiter nach oben gehen aber ansonsten kann das ganze natürlich auch noch ein bisschen anders einzeichnen und zwar sagen okay halten kann ich auch drin lassen wir hätten hier eine art kleine flacke wir so einsetzen dass der kurs hier vielleicht noch ein bisschen konsolidiert noch etwas tiefer geht und das dann halt ja der ausbruch nach oben erfolgt oder ist der kurs vielleicht auch noch mal nach unten abtaucht dass wir in den nächsten wochen sicherlich zeigen vor allen dingen wenn dann halt von der fed auch neue signale zum thema der zinsen der zinssenkungen gegeben werden so dann haben wir noch den s&p 500 auch hier wie gesagt keine große änderung wir gucken erstmal den monatschart sehen halt hier deutlich dass wir jetzt in diesem bereich sind und das letzte allzeit hoch ja wir sind jetzt mal kurz drüber geditscht aktuell kommen da aber nicht drüber weg ja also wenn hier ausbruch erfolgt könnte auch der kurs halt noch weiter ansteigen hatten ja schon mal dieses thema gehabt hier tasse henkel und jetzt hier oben ran und beim überschreiten möglicher ausbruch aber auch hier indikatoren noch uneinheitlich wenn wir jetzt auf kurzfristigere basis gehen wochenchart sehen wir es auch hier aber das hoch hier kurz angelaufen indikatoren stehen oben wird leicht kürzer rsi ist auch schon oben also auch hier wird es nicht verwundern wie gesagt wenn nach dieser rallye ähnlich dem dax jetzt auch mal noch eine korrektur erfolgt haben uns noch nicht mal das 23 6 angelaufen also hier wäre es auch möglich dass der kurs vielleicht noch mal in diesem bereich ist aber um die 4450 noch mal abtaucht dass wir hier vielleicht ein kleines doppeltopp ausbilden aber auch das werden wir erst sehen was die nächsten tage und wochen damit sich bringen vor allen dingen was ende januar die fed zu sagen hat ähnliches spiel auch beim nestek wenn wir da noch mal rein gucken gucken auch hier noch mal erstmal der monatschart hatten ja hier ja diese unterschiedlichen anstiege eingezeichnet ja diese aufwärtstrends einmal dieser ganz ganz langfristige völlig intakt dieser mittelfristige auch alles ohne probleme ja jetzt hier dieser etwas kurzfristige auch da haben wir wunderbar steilen aufwärtstrend mit vollzogen und sehen auch hier jetzt wir hängen genau wie ähnlich wie beim s&p 500 ja ja nestek letztes allzeithoch was man im november 20 21 hatten genau da hängen wir jetzt auch fest der kurs kommt noch nicht so richtig drüber wochen chart sehen wir das hier auch deutlich wir hatten den kleinen ausbruch aber aktuell kämpft der kurs hier halt mit dieser zone um die 16.800 16.900 und wenn wir das noch mal genauer im tageschart mit anschauen auch hier hat man halt diesen steilen aufwärtstrend der jemand eine kleine zwischenpause hatte ja und jetzt hier weiter angestiegen ist und auch wenn wir hier gucken aufs hibonacci noch mal mit rein hier haben die 23 6er hätte man schon abgeholt also es könnte auch jetzt von hier weiter ansteigen ansonsten sollte der kurs noch mal zurückfallen können auch in diesem bereich um die 15.600 15.700 15.800 noch mal runterfallen da könnte mir vielleicht sogar sollte es noch mal zu einem rückgang kommen hätten wir ja hier diese alte abwärtstrend linie dass wir vielleicht auf der noch mal aufsetzen könnten dann geht es weiter nach oben aber wie gesagt das werden uns die nächsten wochen noch mal anschauen im tageschart sieht sie halt so aus dass macd bricht gerade von unten durch stochastik sieht noch ansteigend aus aber rsi knickt schon ab auch uneinheitlich ja also die märkte ist etwas zäh der start ins jahr das ist nicht so richtig wie sagt man fisch weder fisch noch fleisch und deswegen muss man schauen was sie halt nächsten wochen bringen gut dann wünsche ich euch eine erfolgreiche handelswoche hoffe ihr seid gut ins neue jahr gestartet und sage tschüss bis zum nächsten mal euer christian